Warum sollte sich der Doku-Film für serielles Erzählen interessieren? Weil es eine ungeheuer reiche Form ist, ein reiches Potenzial. Und weil man vieles, was man im Dokumentarfilm, wenn man nur einen einzelnen Film macht, sozusagen nicht miterzählen kann und immer wieder die Erfahrung hat, was es für schöne Nebengeschichten, Schichten auch in der Erzählung und Details auch gibt, die oft in einem Film dann untergehen. Und die Serie hat eben die Möglichkeit, dadurch, dass es mehrere Teile sind, sich jeweils etwas Bestimmtes vorzunehmen. Und das empfinde ich als ein großes Potenzial, was die Serie gegenüber dem einzelnen Film hat.